Hallihallo, ich grüße euch. Heute sprechen wir wieder über Affiliate Marketing und die Frage ist jetzt, wie finde ich die passenden Programme einfach so. Also ich habe einfach hier ein Beispiel genannt und das ist wirklich nicht so verkehrt, wenn Sie mit diesem Beispiel so anfangen. Und wie Sie schon wissen, Sie können einfach mit Amazon einfach so damit anfangen, weil es ist einfach, das ist normalerweise kein Partnerprogramm, sondern es ist einfach Säde und damit können Sie einfach anfangen ohne, ja, ohne etwas verkehrt zu machen. Und was ich nochmal hier sagen wollte, ist einfach, es ist sehr wichtig, dass man einfach ein Partnerprogramm wählt, welches die Bedürfnisse und Wünsche der Besucher anspricht. Also und von daher sollten Sie erstmal, Sie sollten erstmal genau wissen, was Ihre Besucher zum Beispiel genau kaufen und lieben, mögen und wenn Sie schon wissen, dann können Sie einfach für die Sache, ja, anbieten oder anwerben, wie Sie einfach wollen. Und von daher ist es immer wichtig, mit direkten Partnerprogrammen zu arbeiten, weil man hat einfach dort viele Vorteile, zum Beispiel die Provision für das Affiliatennetwerk zum Beispiel entfällt und man hat einfach eine enge Zusammenarbeit, man kooperiert einfach direkt mit dem Unternehmen und von daher, das ist einfach sehr gut, weil man kann einfach auf individuelle Vereinbarungen so angehen und es ist einfach wichtig. Also ich empfehle euch einfach mit Amazon einfach anzufangen und das ist einfach sehr gut, die Vergütung ist einfach nicht so gut, es ist einfach zwischen 10% bis 20% so, aber immerhin es ist einfach direkt, also Sie arbeiten direkt mit dem Unternehmen und von daher gibt es keine Dativation, keine dritte Dativation, ja, und von daher sehr gut. Und die Einmeldung ist einfach kostenlos bei allen Partnerprogrammen und von daher die Vergütung, es ist einfach entweder per Lead, also das heißt, die Daten, also wenn Sie zum Beispiel eine Link auf Ihrer Webseite, ja, bauen, dann klicken die Leute drauf und es wird einfach verlinkt auf die Seite der Unternehmer, Unternehmen. Und von daher, wenn Sie sich da auf der Seite kostenlos anmelden und vielleicht etwas dort kaufen, dann bekommen Sie einfach eine Provision. So funktioniert das einfach und von daher fangen Sie an mit Amazon und ich werde euch nochmal ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel es gibt Google AdSense, damit können Sie auch anfangen und von daher, das ist einfach sehr gut. Ich freue mich einfach sehr auf Ihre, ja, auf das Video und auf das nächste auch.